Ich bin nicht neidisch, weil die anderen eine gesunde Mutter haben. Hauptsache ich habe eine Mutter und ich habe sie trotzdem lieb, egal ob sie krank ist, gesund ist. Egal, Hauptsache ich habe sie lieb, finde ich. Manchmal frage ich mich, warum eine Mutter diese Krankheit hat und warum ausgerechnet sie und warum es andere Mutter eigentlich von anderen Kindern nicht haben. Ich bin nicht so cool, ich bin nicht so cool. Ich bin nicht so cool, ich bin nicht so cool. Ich glaube, wenn die Kinder nicht wären, dann hätte sie schon aufgegeben. Die Kinder, die halten sie halt doch. Ich kämpfe für die Kinder. Ich bin nicht so cool. Untertitelung des ZDF, 2020